Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Destiny 2 Video. Die Hüterspiele sind seit dem Wochenreset am 21. April um 19 Uhr an den Start gegangen. Derzeit liegen die Jäger wieder einmal vorn, doch das sollte denke ich mal nicht das Thema des Videos werden. Heute nämlich befassen wir uns mit dem exotischen Maschinengewehr Erbenerscheinung, um genauer zu sein mit dem Katalysator. Mit dem Start der Hüterspiele ist dieser neue Spiel hinzugekommen. Und ich zeige euch heute, wie ihr diesen Katalysator erhalten könnt. Als allererstes solltet ihr mit Zavala im Turm sprechen. Dieser gibt nämlich euch ein Klassenitem für die Hüterspiele. Dieses müsst ihr dann tragen, um an sogenannte Lorbeeren zu gelangen. Als nächstes besucht ihr die gute Destiny-Oma Eva Levante. Diese hat nämlich für euch neben den normalen Beutezügen und den Klassenitems zum Hüterspiele-Event auch noch einen Medaillenkasten und Questkarten mitgebracht. Um die Katalysator-Quest zu erhalten, müsst ihr zunächst einmal eine Platin-Medaille beim Podium abgeben. Mein Tipp für euch, nehmt die Platin-Karte zum Bereich Dämmerungstrike. Solch eine Karte ist ganz leicht auf der niedrigsten Stufe des Dämmerungstrikes in einem Run abschießbar. Grob gesagt benötigt ihr also nicht mehr als 12 Minuten für eine Platin-Medaille. Habt ihr dann die Quest zum Katalysator erhalten, ist der erste Step 50 Medaillenpunkte zu verdienen. Auch hier empfehle ich, wieder nur die Platin-Medaillen im Dämmerungstrike zu farmen, da höherstufige Medaillen mehr Punkte geben. Der zweite Step verlangt das Abschließen von drei Anwärterkarten. Da von Tag zu Tag eine andere Aktivität im Fokus steht, ist es euch überlassen, dies in Gambit, im Schmelztiegel oder in Strikes abzuschließen. Ich persönlich ziehe die Strikes den anderen natürlich vor, da ich ja überwiegend ein PvE-Spieler bin. Habt ihr diesen Step auch hinter euch gelassen, gibt es den dritten und letzten Schritt, um den Katalysator zu erhalten. Hier müsst ihr nämlich Wettkampfgeist sammeln. Diesen erhaltet ihr durch Maschinengewehr-Kills in der Fokus-Playlist. Kritische Kills geben euch übrigens den doppelten Fortschritt. Ist dieser Schritt abgeschlossen, erhaltet ihr direkt den Katalysator. Um diesen aber einsetzen zu können, müsst ihr insgesamt nochmal 700 Feinde besiegen. Die Funktionsweise des Katalysators besteht in einer gesteigerten Haltbarkeit des Schildes und einem, ja ich würde mal sagen Magazinschub, sobald der Schild zerstört wurde. Ich weiß, diese Quest kann etwas dauern, doch in Verbundenheit mit den Hüterspielen ist dies keine allzu zähe und schwere Aufgabe. Daher wünsche ich euch viel Spaß mit der Quest und natürlich weiterhin einen wunderbar guten Grind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017